Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Dishonored 2. Entweder bin ich ziemlich doof, oder ich find den Schwarzmarkt hier vorne noch nicht. Vielleicht kommt der noch. Deswegen nehmen wir hier mal ein bisschen was mit, fällt ja keinem auf. Ja, macht ihr doch mal eure Spielchen. Wir schauen uns hier mal ein bisschen um, aber scheinbar ist hier nichts. Dann gehen wir da mal hoch. Da hinten ist ein Wachturm, den sollten wir vielleicht mal versuchen zu umgehen. Oh. Lieder von Zerkonos. Danke für die Trophäe. Wir laden mal neu. Okay, ich sollte nach dem Bettler auf jeden Fall mal speichern. Denn das wird auf jeden Fall nicht einfacher hier. Was machen wir jetzt? Wo finden wir den verkackten Dreckskack-Schwarzhänder, falls der überhaupt noch kommt? Und wenn nicht, wie kommen wir an dem Wachturm vorbei? Also, wir lagen hier, bitte sehr, ich lasse dir da wohl dein Zeug weg. Ja. Ich weiß. Das ist schön. Ja, das ist jetzt nichts Neues. So, speichern wir mal, damit wir den Anfang hier nicht nochmal neu machen müssen. So. Danke sehr. Ich hab's doch gesagt. Nein, nein, du Hund. Okay. Er sieht uns hier nicht, das ist gut. Aufpassen, dass wir es diesmal nicht wieder runterwerfen. Nein! Ich hab das da nur hingelegt. Okay, das war jetzt nicht so schwierig, da hinzukommen. Auffassend, dass wir es da nicht wieder runterwerfen. Ich hab das da ganz einfach normal hingelegt in die Ecke. Ah, ich hätt's da einfach liegen lassen sollen und scheiß drauf, dass wir dann wieder drankommen und unten vielleicht wer stirbt. Hauptsache, wir gehen nicht drauf. Warum, womit hab ich das verdient? So. Ach. 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 Alter. Da kann der stehen bleiben. Ich glaube, wir müssen da sowieso hoch. Hallo. Hallo. Nein, nein, nein. Wir haben einen Brandbeutzen. Das reicht nicht. Wir haben einen Betäubungsfeier. Das könnte für die da hinten reichen. Ah. 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 Nichts, das dich interessiert. Ich nehme mich mal mit. Könnt ihr euch durchlesen? Könnt ihr euch durchlesen? Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Kommen wir da von hier aus hin? Könnte schwierig werden. Oben ist auf jeden Fall eine Stromversorgung. Wahrscheinlich wieder für ein Elektrotor oder so. Okay. 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 So, speichern Ganz wichtiger Punkt zum speichern Da unten steht zwar speichern, aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich speichert Ich trau dem Spieler mittlerweile nicht mehr so ganz Also schauen wir lieber, was hier rauskommt Ja, was da ist Das ist doch gut Das ist viel zu tief Viel zu tief Euch ist nicht aufgefallen, dass das Ding aus ist Ihr seid auch zwei richtig tolle Experten hier oben Wow Okay Wir haben zum Glück da gespeichert Das heißt, es ist theoretisch nichts passiert Wir haben schon einen ordentlich Fortschritt gemacht Wir haben ein Gemälde gefunden, was uns ordentlich Geld einbringt Leider den Schwarzhändler nicht Keine Ahnung, wo der sein könnte Bestimmt hier irgendwo in den Seitengassen, wo unfassbar viele Wachen rumlaufen Dafür haben wir den Wachtturm und die vermutliche Lichtwand ausgeschaltet Das ist so So Ich frage mich, wer das war Keiner hier Ich kriege dich schon Schüssiges Laden besitzt das erforderlich Nimm das Bist du alleine? Ich wische mir nachher dein Blut ab Kann sein Wäre schön gewesen, wenn du den Schlüssel des Ladenbesitzers dabei gehabt hättest Auf Befehl des Herzogs, Luca Bela Aufgrund dringender Sicherheitsmaßnahmen für alle Gebäude mit Balkon auf dem Ravina Boulevard sowie die neu errichtete Lichtwand werden sie hiermit aufgefordert und sofort nach Erhalt dieses Schreibens unbefristeten Zugang zu ihrer Wohnung zu gewähren Wir bitten sie, einen Nachschlüssel in ihrem Laden aufzubewahren damit die Garte jederzeit Zugang zu ihrer Wohnung hat Diese Maßnahme ist notwendig Um übel Schergen davon ab zu bewahren den Lichtwandkontrollbosten zu umgehen Als Direktor von Winslow Tresoren verstehen sie sicher unsere Sicherheitsbedenken und leisten ungefragen und vorzüglich Folge Winslow Das war da, wo wir vorhin reingegangen sind und den Typen vor der Wache retten wollten Da, wo wir den Safepoint hatten kurz bevor wir den Wachtturm ausgeschaltet haben Da müssen wir hin Was für eine Scheiße Also den ganzen Weg wieder zurück Das mag ich an diesem Spiel nicht so gern Dass man ganz oft irgendwo hingeschickt wird Nur damit dann festgestellt wird Da geht's aktuell nicht weiter Geh den ganzen Weg wieder zurück Nur damit du dann da was findest damit du den ganzen Weg wieder hier hin zurückgehen kannst Um dann hier wieder weiter zu kommen Was ist das für eine Scheiße? Das ist für eine Scheiße Das ist das für eine Scheiße Da wir die Elektro-Warte aber schon ausgeschaltet haben, können wir auch einfach da durch. Scheiß auf die Wohnung mit Balkon. Wir machen uns nämlich auf zum Großpalast. Dann haben wir den Schwarzen leider nicht gefunden, müssen das Ganze jetzt also ohne Betäubungspfeile und ohne Betäubungsminen und Co. schaffen. Macht es wesentlich schwerer, aber wie gesagt, im Let's Play haben wir schon mehr als genug rumgerannt, rumgesucht, rumgegammelt, irgendwie da was geguckt, irgendwie danach was drauf geguckt. Ich glaube, das zieht sich extrem, wenn wir jetzt weiterhin so weitermachen würden. Wenn wir also weiterkommen können, dann gehen wir auch weiter. Dafür, dass das Spiel auch drei Stunden weniger Spielzeit bieten, also ungefähr nur drei Viertel der Spielzeit des ersten Teils bieten soll angeblich, sind wir auch schon fast länger dran als am ersten Teil und haben noch mindestens zwei Kapitel vor uns. Was ist das? Das sieht gut aus. Zum Großpalast. Die Leilas? Ach, ihr Geist. Da ist der versteckte Zugang, von dem uns berichtet wurde. Da ist die Leilas Geist und da ist der Großpalast. Doch, er raucht, mein Freund. Das wissen selbst wir. Und wir sind nicht seine Wache. Also ein bisschen nachdenken hilft vielleicht auch manchmal. Okay, ich denke mal, wir müssen mit seinem Doppelgänger reden. Um die gute Mission zu machen. Es wurde uns ja gesagt, wir sollen versuchen, mit ihm zu reden. Er soll ganz nett sein. Niemand. Speichern. Wir haben nicht den versteckten Zugang genommen. War vielleicht ein Fehler. Wir sind aber drin. Vielleicht ist es aber auch der versteckte Zugang zu ihrem Geist. Siehst du da jemand? War das mit dir falsch? Was würden Sie tun, wenn Sie Herzogin von Sarkonos oder eine andere Herrscherin wären? Die Königin von Morley oder gar die Kaiserin? Noch mehr von dem, was ich sonst mache. Mit Männernvergnügen, erlesene Speisen genießen, das beste Heberkraut rauchen oder ein früßes Gemügel aus Zudia kaufen und meine Wohnung umgekehrt. Verdammt, ich muss pinkeln. Alles in Ordnung? Lass sehen, was du machst. Das ist wieder so ein Level, wo ich sehr ruhig sein muss, weil ich bislang noch keine Ahnung habe, wie das Ding hier aufgebaut ist und ich keinen Fehler machen möchte. Also, speichern. Und mal was wagen. Es ist unmöglich, heutzutage gute Diener zu finden. Manchmal bin ich kurz davor, mich selbst um alles zu kümmern, aber... Der guckt uns voll an. Ich will auch nichts von euch. Warum ging das nicht? Ich weiß, dass du hier bist. Hilfe! Ist da jemand? Hallo? Natürlich, der Herzog hat einige mechanische Soldaten in Auftrag gegeben. Oh, das war nicht... Okay, gut, das ist das, was wir mal ein bisschen erkundet haben hier. Ich schaue mal, wie wir es am besten richtig machen. Wir sind irgendwo in so einem Raum, wo es keinen Ausgang mehr gibt und... Hä? Ich verstehe diesen Aufbau von diesem komischen Ding nicht. Ich verstehe den Aufbau von dem Palast nicht so ganz. Es gab zwei Wege, einmal links hoch, einer rechts hoch und rechts hoch führt nur zu einem Balkon und da gibt es nichts mehr. Und dahinter kommt dann plötzlich noch fünf andere Gebäude und... Hä? Also, wir müssen irgendwie ein Stockwerk nach oben kommen. Oh, mein Herzog, Papa. Ich hätte fragen sollen, woher sie ihre bestickte Silberjacke haben. Oh, öde. Was ist denn das für Typ? Warum hat der Herzog in seinem Gemäuer so viele Leute? Oh, mein Herzog. Das würde ich jetzt nicht verbinden, auf eine zweite Uniform. Was ist denn da? Wir spielen jetzt jeden Tag schon seit Kommen und alles zur Bewusstigung, ein Versperrteil. Hätte kapiertes Gemächer. Ja. Also, eine Ordnungsmodus. Verkehr zu Leerlauben. Ja, das ist heiß. Jeden Tag so tun, als würde ich Papiere unterzeichnen. Ah. Erstens lese ich sie, im Gegensatz zu ihnen. Drecksluft. Das ist der Falsche. Gegenhaft. Kann nicht gesund sein. Das ist der Falsche, Herzog. Mit dem sollen wir reden. Der soll ganz nett sein. Wer ist denn? Gehen Sie. Ich will allein sein. Nachdenken. Hä? Glaub ich hab was gesehen. Höh! Wo kamst du denn her? Nicht in der Stimmung. Komm sofort raus. Okay, ich möchte wenigstens wissen, wo er ist. Gehen Sie, ich will allein sein. Hat sich für mich ganz gut angehört. Hier ist er. Du bist der Falsche, aber ich töte dich trotzdem. Einfach, weil ich es erinnere. Da oben steht sogar, finde den Goppelgegänger und sprich mit ihm, weil das blaue Symbol. Das heißt, das blaue, also mit ihm zu sprechen, hilft uns tatsächlich, den Herzog irgendwie auszuschalten, ohne dass er sterben muss. Er ist dort oben, also, und er hat hier unten eine Menge Wachen. Keine Ahnung, wo der Typ, wo die Wache eben plötzlich herkam, die uns dann da unten entgegenkam. Aber wenn wir mal einen Moment hierbleiben, dann schickt er seine Wachen alle weg. Das wäre dann unsere Chance, zuzugreifen. Und die werden wir natürlich versuchen zu nutzen. Och nö, ich bin jetzt ja wieder hier. Ja, und was mit dem los ist. Um ihren Geist kümmern wir uns später. Erstmal möchte ich mit dem Doppelgegänger reden. Mal herauszufinden, was hier eigentlich los ist. Mal herauszufinden, was hier ist, um ein Picknick im Garten zu veranstalten. Wer ist da? Okay, die Tür schon mal entriegelt. Ja, was ist das hier für ein riesiges Bett, ey? So, lass uns mal speichern. Jeden Tag so tun, als würde ich Papiere unter dir zeichnen. Wenigstens lese ich sie, im Gegensatz zu ihm. Er taugt doch nichts. Das erkennt man sofort. Schon an seinen Stiefeln. Müssen warten, bis er seine Wachen wegschüttet. In den letzten fünf Jahren sind mehr schlimme Dinge passiert, als in meinem ganzen Leben davor. So viel ist sicher. Gehen Sie, ich will... Das ist der Moment. Das ist der Moment, den wir uns merken müssen. Mit dem er sagt, gehen Sie, ich will allein sein. Ich will allein sein und nachdenken. Guten Tag. Keine Verbeugung? Kein Handkuss? Mein Besuch ist anderer Natur. Ein Geheimnis. Also dann, wer sind Sie und was wollen Sie? Sie sind der Doppelgänger des Herzogs. Sie sind der Doppelgänger des Herzogs, richtig. Ich bringe ihn zur Strecke, aber ich brauche Ihre Hilfe. Wollen Sie hören, was ich Ihnen zu sagen habe? Also gut, Sie haben recht. Aber wenn Sie den Herzog nicht töten wollen, was wollen Sie dann? Sie geben zweifellos einen besseren Herzog ab als Luca Abele. Wenn ich ihn loswerde, ohne ihn zu erstechen, könnten Sie die Leute überzeugen, dass Sie der Herzog sind? Kühn. Und ich gebe zu, es ist mir in den Sinn gekommen. Wenn die Leute glauben, ich wäre Herzog Abele und er der Doppelgänger, könnten wir ihn in die Klapsmühle stecken. Wir könnten jeden überzeugen, dass er den Verstand verloren hat und glaubt, der Herzog zu sein. Ich habe Jahre an meiner Rolle gefeilt, aber es gibt einen Haken. Er hat ein Medaillon, das ich brauche. Selbst wenn ich überzeugend spiele, was kein Problem sein sollte, wird mich die Garde nach dem Medaillon fragen. Luca legt es nie ab. Gut, das dürfte nicht lange dauern. Wenn es geschafft ist, verlasse ich die Stadt. Von Dunwell aus schicke ich Ihnen Anweisungen und erwarte maximale Flexibilität und Kooperation. Noch können wir Serkonos vor dem Abgrund retten. Wir können wieder gut machen, was Herzog Abele angerichtet hat. Gefällt mir. Aber ich führe Serkonos, wie ich es für richtig halte. Für die Menschen hier. Nicht als Marionette Ihres Kaiserreichs. Wenn Sie zustimmen, machen Sie den Herzog bewusstlos und bringen Sie ihn in seine Gemächer. Ich erledige den Rest. Sehr gut. Schlageherzog Luca Abele bewusstlos. Wir haben übrigens nicht abgewartet. Lösen Sie keinen Alarm aus. Sie müssen heimlich vorgehen, damit es klappt. Ich habe komischerweise nicht abgewartet, bis er angefangen hat zu rauchen oder sowas. Der hätte auch der echte Luca Abele sein können. Der hat uns jetzt so richtig verarscht. Aber gut, ich sage an dieser Stelle mal, ich hoffe, ihr hat den Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Dann schauen wir mal, ob wir uns Luca ebenso gleich vorknüpfen können. Also bis dann und auf Wiedersehen. Dann schauen wir mal.